im breiteilen das natürlich ganz weit vorne ja das ist die skill punkte schießen nach oben da mache ich aber eigentlich immer wo sind wir denn gesprungen naja richtig doof wir müssen rüber auf der andere seite ach so heile dich erst mal wollen wir hinten rein hier hinten ist eine kleine kammer hier kann man gut abdecken ein groß groß gut naja dann gehen wir hier wieder vor, einen solchen Keller will ich nicht da schiesst er mir noch den Arm weg alter, glaubts, ja, glaubt man es, er war heldenmutig, da bist du leer hohe, und von Kraft geträumt irgendwie was will er, alter, das war ja ein richtiges Selbstmordkommando, aber man weiß, wie oft er schon einen Pistolenrein versucht hat, total die Verzweifung geht so, was geht so, war das jetzt geht so, oder so geht das, so muss man das machen ich nehm ihm direkt alles ab, ich nehm ihm direkt alles ab, level 21, ja du bist hintergerannt wieder, ja? ich renne hier, mit dem Buch, oh wo bist du denn hin, Benji? mitten am Tunnel, da wird schiesst ok ok und stopp ich komm jetzt wo bist du, willst du nicht, dass ich umlege rennst du, rennst du da? ja, ich renne, lade nach ich seh dich, hier, ich bin in dem Hüttel da müssen wir eigentlich nur hier durch, ne? mhm wo gehst du durch? oh cool was denn? ich hab grad die Quest für den Schmerzen das Quest für den Schmerzen ah das bin ich oh Alter Kommunikation mangelhaft, ja? etwas, ja? jetzt bei mir, ja mhm sorry du musst sie verarbeiten liegt schon einer Mause tot ich setze ich setze mhm ja mit Wursch und auch ein Togtext holen du kriegst doch eine Breitseider Junge da da gibt es keinen Mogen mehr für dich Frau Antlipus komm raus du warst das doch bestimmt gerade mit der Pistole Level 21 um und wie und wo wahrscheinlich wir noch und die die schầm Hallo! Oh! Wo ist ein Pferd jetzt? Oh, Alter! Los, ich will den nur noch looten, dann rennen wir raus. Was ist denn hier los? Boah! Die folgen uns? Ja! Ich glaube schon. Komm, wo bist denn du? Bist du schon raus? Ach, da bist du. Okay. Ich dachte mir, wenn ich so noch ein und unter der Ecke kommt, Peck doch noch einen. Okay. Okay. Virus? Na ja, jetzt geh ich auch raus. So dumm. Naja, aber ich will noch mitnehmen, kann nicht schaden. Ja, aber geil! Zwei Kills. Ja. Oh! Glücksschweinchen! Ja, man muss auch mal Glück haben. Habt nicht eure Lobby erwischt. Oh Mist, Mann! Ja. Sehr schön. Oh ne, ich hab mich schon besser vergessen zu heilen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Na, weil du das nicht immer, weil du das immer drin machst bei dir. Ich mach das nicht, ich zahl das unter dich, dann bin ich geheilt. Brauchst du was? Nö, alles gut. Oh, ich muss doch mal meine Verflutung stellen, und meine Püsche. Oh, das tut. Ich kann nicht in Ruhe was essen. Du willst doch Flutlarven. Ja, ja. Ich hätte jetzt wahrscheinlich das Essen wieder vergessen. Das hat doch was Gutes. Gehen wir unten rein, ja? In die Tiefgarage? Ja. Ich bin noch hinter dir, Benji. Wie sieht es aus? Ist es frei hier drin. Danke fürs Bescheid sagen. Ich heile mich derweilen. Ah, im Laufen. Ja, genau. Mit Schießen, ich finde es, der hier im Grunde nicht besteht. Er schaut nicht mehr so gesund aus. Jetzt geht es, glaube ich, wieder. Aber wie er gleich gesuppt hat. Eine schwere Blutung. Zwei Brüche. Das ganze Programm. Wichtig, Waffe auf Auto vorzustellen. Wir sind unter dem Feuer, oder? Ja. Gut schauen. Benji, du weißt doch, wie es da hoch geht. Da gibt es so einen Geheingang hier hinten, oder? Ja, ja. Wo ist der? Ich glaube, der ist hier. Guck mal, hier vorne. Guck mal, hier vorne. Ich glaube, hier bei den Listern. Ja. Genau, hier ist er. Geheingang. Geheingang. Na ja. Ja. Secret. Er wusste, was ich meine. Ich bin da. So, was geht's? Wir können kommen. Wir können kommen. Oh, Spieler. Glaub ich, würde ich sagen. Da war er dahinter. Äh. Zum. Richtung Goschrand. Also, die Richtung. Umgefallenes Regal? Ne, ne. Hier. Hier durch. Durch die Halle. Ach so. Mhm. Das war's. Oh, da klebt Blut an der Wand. Ja, das war ich. Er hat mich getroffen. Ne. Du stehst doch nicht da hinten, Günter. Ach so, ach so. Günter ist geil. Günter. Günter. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn umgelegt. Es sind es nur noch sechs. Was? War doch ein Skeff, Alter. War doch ein Skeff. Ja, tut sich was rausnehmen. Sorge ich dir. Ja, rodenlose Frechheit. Was? Rodenlose Frechheit? Ja. Passt! N4, N4? Aber von wo? Matzi, du bist schon drinnen, oder? Ja, ich bin schon tot. Ach, du bist schon tot? Jo. Was habt, wo war denn ihr, Gels? Ich versteh das nicht. Ich muss erstmal gucken nicht, dass da hinten welche Gosporen sind. Wenn wir uns im Dunkeln auflauern. Ich hätte mir schon gelobt, denke ich. Denke ich auch. Also die sind wahrscheinlich durchgemummelt, oder? Ich geh mal schnell hoch. Ja, machst du da hoch und dann... Oder ich komm gleich mit. Oh! Ey! Ich krieg... Ja, von draußen. Um die Ecke! Leck mich doch am Arsch, Menschenskind! Ach komm, ich hab keinen Bock mehr jetzt, alter. Was sind denn das für Heckenschützen, alter? Genau. Sie schießen mit Kugeln um die Ecke fliegen. Ach komm, geck mich doch. Er lag hier draußen, Matze. Ja, aber ich war oben schon um die Ecke. Wie du da auch? Ja... Bis dahin. ạ